Flüchtlingsströme zu bewältigen, da sie im Rahmen von Unfriedensmissionen und nach Naturkatastrophen im eigenen Land viel Erfahrung mit solchen Einsätzen gesammelt hätten. Das übergeordnete Ziel Pekings dürfte sein, dass der eigene Einfluss auf Pyongyang erhalten bleibt. Im Koreakrieg von 1950 bis 1953 kämpften chinesische Truppen gegen das von US-Soldaten unterstütze Südkorea. Eine politische Neuordnung zugunsten der USA würde China daher jetzt kaum akzeptieren. Ohnehin sehen die Chinesen die militärischen Bündnisse Washingtons mit Ländern in der Region als unmittelbare Bedrohung für die eigenen Machtansprüche in Asien. China geht auf Distanz zu Pyongyang, während China aber über viele Jahrzehnte als eng verbündete Schutzmacht Nordkoreas galt, haben sich die Beziehungen der beiden Staaten zuletzt deutlich verschlechtert. Das zeigt sich allein schon am mangelnden Austausch auf politischer Ebene. Xi Jinping ist der erste chinesische Staatschef, der noch vor einem Besuch in Pyongyang in Südkorea war. Seit fast zwei Jahren ist auch sonst kein führender chinesischer Politiker mehr in Nordkorea gewesen. Kim Jong-un wiederum ist seit seiner Machtübernahme noch nicht in China gewesen. Soweit offiziell bekannt gibt es keinen direkten Kontakt zwischen Kim und Xi. Nach der Unterstützung neuer Unsanktionen durch Peking wurde zuletzt sogar in den von der Regierung kontrollierten Medien Nordkoreas offene Kritik am großen Nachbarn laut. Die amtliche Nachrichtenagentur KCNA schrieb, die kommunistische Partei Chinas habe sich dem Druck aus Washington gebeugt. Chinesischen Parteimedien wurde gar ein Kniefall vor dem ignoranten Gebaren der Trump-Regierung vorgeworfen.